Sehr geehrte Damen und Herren, die globale Gesundheitskrise stellt auch unsere Erinnerungskultur vor eine große Herausforderung. Dabei muss die Erinnerungsarbeit über die Verbrechen des Nationalsozialismus trotz aller gegenwärtigen Schwierigkeiten mit Beharrlichkeit und Wachsamkeit fortgesetzt werden, denn unsere demokratischen Gesellschaften werden durch Geschichtsrevisionismus und Vergessenheit bedroht. Wir müssen daher die Methoden der Übermittlung von Erinnerung und Wissen erneuern, um sie an die vielen Herausforderungen unserer Zeit anzupassen. Genau das leistet das beeindruckende interaktive Projekt Every Name Counts, das von dem Arolser Archiv geleitet wird. Es lädt uns alle ein, an der Errichtung eines digitalen Mahnmals teilzunehmen, errichtet auf den Namen derer, die in einem beispiellosen Vernichtungsprojekt ermordet worden sind. Das Projekt Every Name Counts ist ein innovatives und ausgeklügeltes Instrument, das auf Sensibilisierung und Wissen zielt. Dabei gelingt es dem Projekt, eine lebendige und kritische Erinnerung zu erschaffen. So entsteht eine aktive Erinnerungskultur, welche die jüngeren Generationen anspricht und damit einen der Grundpfeiler unserer demokratischen Gesellschaften bildet. Auch ich habe über die Website des Arolser Archivs an der Erschließung des Archivs in der Datenbank teilgenommen. Ich bin überzeugt, dass sich in Frankreich und in Deutschland sowie überall auf der Welt weiterhin viele Menschen an dem Projekt beteiligen werden und damit zeigen, dass die kollektive Erinnerungskultur vom Engagement und der Verantwortung jedes Einzelnen abhängt und lebt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche dem Projekt Every Name Counts den großen Erfolg, den es verdient. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020